Du bist sicher, dass man das essen kann? Mein Kokoda ist vor täglich. Vielleicht hätten wir nicht den Set nehmen sollen. Im Rezept steht Wein. Das nennt man kreative Freiheit. Hey, Geburtstagspiel! Was ist denn der Kuchen? Was für ein Kuchen? Magdalenas Geburtstagskuchen? Du hattest eine verdammte Aufgabe! Das geht so nicht weiter, Henry. Ich suche mir eine Wohnung. Weiter. Ich gehe, weil ich will, dass wir noch eine zweite Chance haben. Was ist denn der? Da gibt es diese Plastikbrüste, die habe ich dir rausgelegt. Die musst du dir nur umschneiden und dann... Jetzt wo Katharina aussieht, werde ich über die einziehen. Nur für eine Weile, bis es wieder bergauf geht. Vergiss es. Wenn ihr beide zusammenlebt, dann hast du wieder ein richtiges Zuhause. Weißt du, wer jetzt bei uns einzieht? Dein Papa. Echt? Wir brauchen eine Frau im Haus. Machst du jetzt etwa mit ihr ein eigenes Baby oder muss das wieder Henry machen? Weißt du, nur weil dein Papa jetzt eine neue Freundin hat, heißt das nicht, dass er dich nicht mehr liebt hat. Eltern lieben ihre Kinder mit den Muslo. Sag mal, du Arschloch, was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Ich ziehe dir eins schon wieder jetzt. Hey, könnt ihr mich ein bisschen weiter streiten? Hey, schon halb elf. Warum ist Magdalena noch nicht in der Schule? Magdalena, zieh dich an. Ich schmeiß dich dann an der Schule raus. Und was ist noch Frühstück? Ihr habt Pizza gegessen? Hallo Schatz, schön, dass du zuhause bist. Ich weiß ernst, Henry, gesunde Ernährung ist das A und O in Magdalenas Alter. Ich hab mich ums Essen gekümmert. Du hast Pizza bestellt. Kann man die nicht essen, oder was? Ich wollte, dass du Verantwortung übernimmst. Und verantwortungsvoll wie ich bin, hab ich ein Kindermädchen eingestellt. Henry hat gesagt, ich soll mich wie zuhause fühlen. Lieb, oder? Ich hab mir dich ganz anders vorgestellt. Anders? Naja, irgendwie... Jünger. Sag mal, was siehst du dich eigentlich für Jungs? Du magst das eine klassische Wahl, ja? Möchtest du eine Waffe haben? Von der Waffe wird man fett. Ich hab drei Worte für dich! Hau ab! Was sind zwei Worte? Papa! Du kleiner Club-Scheiter! Hey, du bist so peinlich! Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Sie sind doch Magdalenas Vater, oder? Ja. Du sagst wirklich alles selbst. Wenn keine Happy Ends wieder wird. Ich weiß, wenn ihr mit euch Jungs rumgehen müsst. Wenn wir zumindest euch sind verarscht und so. Und Sie leben hier zu dritt? Zu viert. Tristan und ich, unsere Tochter Magdalena und der süße kleine Mann dazwischen ihren Beinen. Das hat er von dir. Ja.